Die Baltimore & Ohio Railroad war eine US-amerikanische Eisenbahngesellschaft. Sie war die erste für den öffentlichen Verkehr vorgesehene Eisenbahn in den USA. Sie bestand als Unternehmen vom 24. April 1827 bis zum 30. April 1987. Die Strecken der Gesellschaft sind heute Teil des Netzes der CSX. Transportation Firmensitz war Baltimore. Streckennetz Das Streckennetz reichte von Baltimore nach Philadelphia und Washington und im Westen nach Camberland. Von Camberland aus bestanden als wichtigste Verbindungen Strecken nach Chicago, St. Louis, Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh und Toledo. Ein Großteil des Streckennetzes lag in Ohio und West Virginia. Geschichte Die Baltimore & Ohio Railroad wurde gegründet, um den konkurrierenden Häfen in New York und Philadelphia den Vorteil, den diese durch Kanäle zur Erschließung des Hinterlandes hatten, streitig zu machen. Geplant war der Bau einer für den öffentlichen Verkehr vorgesehenen Eisenbahnstrecke von Baltimore zum Ohio River. Dies war für die damalige Zeit angesichts der technischen Möglichkeiten und des zu durchquerenden Geländes ein gewagtes Unternehmen. Eine Alternative wäre ein Kanal gewesen. Aber auch mit einem solchen wäre die Überquerung der Allegheny Mountains technisch äußerst schwierig gewesen. Als Geburtsdatum der Gesellschaft wird oft der 28. Februar 1827 genannt. An diesem Tag vergab als erster US-Bundesstaat Maryland eine gesetzliche Konzession für den Betrieb einer Eisenbahn. Virginia folgte am 8. März. Am 24. April wurde die Baltimore & Ohio Railroad von den Anteilsinhabern schließlich formell gegründet und Philippe Thomas zu ihrem ersten Präsidenten gewählt. Eine weitere Konzession erhielt das Unternehmen von Pennsylvania am 22. Februar 1828. Der Grundstein für die erste Eisenbahnstrecke wurde vom damals 90-jährigen Charles Carroll am 4. Juli 1828 gelegt, dem letzten lebenden Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Mit den Bauarbeiten wurde am 7. Juli 1828 begonnen. Erste Strecken Als erster Bauabschnitt war eine Strecke zum Potomac River geplant. Am 24. Mai 1830 begann der planmäßige Betrieb auf der in Normalspur ausgeführten Strecke bis Ellicott-Smill. Die erste in den USA gebaute Dampflokomotiv Tom-Tam befuhr am 28. August 1830 diese Strecke. Am 1. Dezember 1831 wurde Fred-Erik erreicht. Im August 1835 wurde die Zweigstrecke nach Washington fertiggestellt und 1837 wurde die Brücke über den Potomac bei Hapas Ferry fertiggestellt. Hier traf man auf die Gleise der Winchester und dem Potomac und es kam zur ersten Verbindung von zwei Eisenbahngesellschaften in den USA. Von dort aus wurde nach Westen über Kemberland bis nach Grafton und dann nach Nordwesten weitergebaut und am 24. Dezember 1852 wurde das Ziel, der Ohio River in Wheeling, erreicht. Die Strecke hatte nunmehr eine Länge von 610 Kilometer. Von Grafton aus wurde eine weitere Strecke an den Ohio bis Park Ersburg gebaut. Durch den amerikanischen Bürgerkrieg kam es zum Erliegen des weiteren Netzausbaus. Durch die Armee der Südstaaten kam es in den Kriegsjahren wiederholt zu Sabotageakten, die den Zugbetrieb stilllegten. 1867 ging die Eisenbahngesellschaft eine weitreichende Partnerschaft mit dem norddeutschen Lloyd ein. Passagiere auf der Linie Bremerhaven, Baltimore konnten so noch in Europa Fahrscheine in den Mittleren Westen erwerben und an der Pier in Baltimore. Direkt vom Schiff in die Bahn umsteigen, Baltimore wurde dadurch zeitweilig zum zweitwichtigsten Einwanderungshafen nach New York. Der Erste Weltkrieg beendete diese Partnerschaft. Ausdehnung nach Westen ab 1866 begann die Bahngesellschaft, sich weiter nach Westen auszudehnen. Sie mietete mehrere Strecken und verlängerte somit ihr Streckennetz von Blair über New York nach Westen nach Kolumbus und nach Norden nach Sandarski. Von einem Punkt an dieser Strecke, Chicago Junction, baute eine Tochtergesellschaft der B und M-O, die Baltimore und M-Ohio und M-Chicago. In den Jahren 1872 bis 1874 eine Strecke nach Chicago. Trotz der finanziellen Probleme aufgrund der Panik von 1873 wurde der Streckenausbau unter dem Präsidenten John W. Gerrard fortgesetzt. So wurden eine Strecke von Camberland nach Pittsburgh, Sandpetschroute und eine weitere Verbindung nach Washington in Betrieb genommen. In der Folgezeit kam es zu einigen Auseinandersetzungen mit der Pennsylvania Railroad. Zum einen betrachtete die PRR Pittsburgh als ihr eigenes Territorium und zum anderen lag es am Bau einer B und M-O-Strecke nach Philadelphia. Bis in die 1870er Jahre betrieben die PRR, die Philadelphia, Wilmington und M-P, Baltimore und die B und M-O gemeinsam. Die B und M-O war jedoch nicht sehr kooperativ, insbesondere wurde das Angebot gemeinsamer Fahrkarten und Frachtpreise verhindert. Hinzu kam noch, dass die B und M-O zu diesem Zeitpunkt ein relativ sicheres Monopol für den Zugang nach Washington hatte. Deshalb baute die PRR 1882 eine eigene Strecke von Baltimore nach Washington. Im Gegenzug verlegte B und M-O seine Zugläufe auf die parallel führende Philadelphia und M-P, Reading Central of New Jersey. Im Jahr 1881 gelang es der PRR sich die Kontrolle über die Philadelphia, Wilmington und M-P, Baltimore zu sichern. Die B und M-O verkündete darauf, dass sie eine eigene Strecke von Baltimore nach Philadelphia sowie Bahnhofsanlagen auf Staten Island bauen werde. Die PRR kündigte daraufhin 1884 die Durchfahrtsrechte der B und M-O-Züge. 1886 stellte die B und M-O ihre eigene Linie fertig. Die nächsten Erweiterungen waren die Übernahme der Kontrolle über die Pittsburgh und M-Western, Bau einer Strecke nach Westen von Akron nach Chicago Junction, Kontrolle der Baltimore und M-Ohios Avern, Cincinnati, St. Louis. Um die Strecke Baltimore-Philadelphia mit dem Rest des Netzes zu verbinden, erfolgte 1895 der Bau des Baltimore-Belt. Da eine Durchquerung der Stadt unmöglich war, musste unter anderem ein rund 1,6 Kilometer langer Tunnel gebaut werden. Da dieser in einer Steigung lag, wurde mit einer starken Rauchentwicklung gerechnet. Deshalb entschloss sich die Gesellschaft diese Strecke zu elektrifizieren. Die angeschafften Elektro-Lokomotiven dienten als Vorspann für die Dampfzüge. Mit der Einführung der Diesel-Lokomotiven wurde der elektrische Betrieb 1952 eingestellt. Das neue Jahrhundert, die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wurde jedoch immer schlechter. Die Frachtraten für Güter- und Personenzüge waren schon immer niedrig und die Umsätze gingen immer weiter zurück, vor allem durch die Konkurrenz beim Kuletransport. Als Gegenmaßnahme versuchte die B und M.O. bei der Unterhaltung zu sparen mit der Folge, dass sie schnell in den Ruf der Unzuverlässigkeit kam. 1896 bis 1899 stand sie deshalb unter Konkursverwaltung. Ab 1899 erwart die Pennsylvania Railroad einen größeren Aktienanteil und machte Leonore F. Lurie zum Präsidenten. Er sorgte dafür, dass die Strecken ausgebaut wurden. Es wurden Steigungen reduziert und Kurvenradien vergrößert sowie zweite Streckengleise errichtet. Außerdem wurde ein größerer Anteil an der Reading Company erworben, die seinerseits die Central Railroad of New Jersey kontrollierte. 1906 und 1913 verkaufte die PRA ihren Anteil an die Union Pacific Railroad. Diese gab die Aktien an ihre Anteilseigner anstelle von Dividendenzahlungen weiter. 1910 wurde Daniel Villard Präsident der Gesellschaft. 1910 erfolgte der Kauf der Chicago Terminal Transfer Railroad, die als Baltimore und M.O.H. Chicago Terminal weiter betrieben wurde. 1917 erfolgte der Erwerb von Strecken nach Charleston und von Cincinnati nach Toledo. 1927 wurde das hundertjährige Bestehen der Gesellschaft mit der Ausstellung The Fair of the Iron Horse gefeiert. Dazu wurden alle vorhandenen historischen Lokomotiven restauriert. Und gleichzeitig legte man damit den Grundstock zum späteren B und M.O. Railroad Museum. Die Netzerweiterung ging 1926 mit dem Kauf der Cincinnati, Indianapolis und M.O. Western, Indianapolis, Springfield und 1927 mit dem Erwerb von 18% der Aktien der Wheeling und M.O. La Querie weiter. Im selben Jahr begann auch die Beteiligung an der Western Maryland Railway. 1929 wurde die Chicago und M.O. Alton Railroad erworben und unter eigener Regie als Alton Railroad betrieben. 1947 wurde diese Gesellschaft wieder eigenständig. 1932 wurden die Buffalo Rochester & Pittsburgh Railway und die Buffalo & Suscanner Railroad erworben. Infolge der Weltwirtschaftskrise fielen die Aktienkurse auf knapp 1% des vorherigen Wertes. Auch Dividendenzahlungen waren in den Folgejahren nicht mehr möglich. 1934 erhielt die B und M.O. Benutzungsrechte auf der Strecke MC Kiesport, Newcastle, der Pittsburgh & Leary Railroad. Da diese Strecke größere Kurvenradien und geringere Steigungen aufwies als die eigenen Strecken, überlagerte die B und M.O. ihren Personenverkehr auch auf diese Strecke. Die B und M.O. konkurrierte ständig mit der Pennsylvania Railroad und der New York Central Railroad auf den Strecken New York, Chicago und New York. St. Louis ihre ungünstigeren, weil längeren Strecken versuchte sie durch eine frühzeitige Verdieselung ab 1935 auszugleichen. Auf der Relation Washington-New York konnte sie ihre Standortnachteile besonders in New York selbst nie aufholen und stellte schließlich 1958 den Personenzugverkehr auf dieser Strecke ein. Damit wurden auch viele Bahnhöfe wie der Bahnhof Philadelphia stillgelegt. Bereits ab 1948 hatte sie ihr Angebot an Personenzügen im gesamten Netz von Jahr zu Jahr mehr reduziert. Die letzte Dampflokomotive fuhr 1958. Bereits zwei Jahre später hatte die Gesellschaft keine Lokomotive mehr in ihrem Bestand. Im Lokschuppen des Bahnhofes Mount Clare Station in Baltimore eröffnete die Gesellschaft am 4. Juli 1953 DK Sekunden Baltimore & Ohio Railroad Museum, dessen Sammlung über die Fahrzeuge der Gesellschaft weit hinausgeht. Das Ende der B und M.O. Ab 1960 begann die Chase Apeg & Ohio Railroad Aktien der B und M.O. zu kaufen. Die NYC machte auch ein Angebot, aber die Aktionäre der B und M.O. lehnten dieses ab. Anfang 1963 besaß die C und M.O. bereits 90% der Aktien. 1968 erlaubte die ICC die gemeinsame Kontrolle der Western Maryland. Am 15. Juni 1973 wurde die Gesellschaft ein Tochterunternehmen der Chassis System Inc. Die letzte Erwerbung erfolgte 1981 als die Gesellschaft die Strecke Blue Island Henry aus den Resten der Chicago, Rock Island & Pacific Railroad erwarb. Am 30. April 1987 wurde die B und M.O. dann von der C und M.O. endgültig übernommen und anschließend in die CSX-Transportation integriert. Präsidenten 1827 bis 1836 Philipp H. Thomas 1836 Joseph W. Pettersson 1836 bis 1848 Louis M. Zellein 1848 bis 1853 Thomas Swen 1853 bis 1855 William G. Harrison 1855 bis 1857 Sean Zibrux 1857 bis 1884 Jean W. Gerard 1884 bis 1887 Robert Gerard 1887 Francis Burns 1887 bis 1888 Samuel Spencer 1888 bis 1896 Charles F. Meyer 1896 bis 1901 John K. Cohen 1901 bis 1903 Leon O. F. LaVe 1903 bis 1910 Oscar G. Murray 1910 bis 1941 Daniel Willard 1941 bis 1953 Roy Barton White 1953 bis 1961 Howard T. Simpson 1961 bis 1964 Javis Langton J. R. 1964 bis 1965 Walter Tughy 1965 Walter Tughy 1965 bis 1971 Gregory S. Devine 1971 bis 1979 Hayes T. Watkins 1979 bis 1987 John T. Collinson 1901 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